Ja, ich kam aus Libanon. Damals wollte ich in die USA, aber da gab es diese Bürgerkriege in Libanon und ich konnte kein Visum bekommen für die USA und damit war das problematisch. Dann habe ich versucht, ein anderes Konsulat zu finden. Das deutsche Konsulat war nicht so weit von der Universität in Beirut. Dann bin ich hingegangen, habe ein Visum bekommen und bin nach Deutschland gekommen. Das heißt, nach Deutschland bin ich gekommen. Das war alles nicht geplant. Das war fast ein Zufall. Und dann bin ich nach Freiburg gekommen zunächst, um Deutsch zu lernen. Da habe ich ein Stipendium bekommen, um Deutsch zu lernen im Goethe-Institut in Freiburg. Und natürlich, das war sehr angenehm, weil Goethe-Institut ist alles sehr professionell. Und als ich angekommen bin, das war für mich vieles neu. Die Sprache und Kultur kannte ich nicht, aber weil ich an einer amerikanischen Universität studiert habe, da gab es viele Kontakte mit allen möglichen Menschen aus allen Ländern. Deshalb war das nicht sehr problematisch für mich, weil ich war schon, habe ich viel Kontakt mit vielen Menschen. Und deshalb, als ich nach Deutschland kam, war das nicht sehr problematisch. Das heißt, ich könnte mich jetzt einleben. Ich habe dann versucht, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Das ist extrem wichtig. Wenn man nicht gut die Sprache beherrscht, dann hat man nur Probleme. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man, wenn man kommt, gleich Deutsch zu sprechen. Und dann, das war gut im Goethe-Institut, man hat mit uns nicht in Englisch oder anderen Sprachen gesprochen, sondern alle in Deutsch. Und das war sehr, sehr wichtig, dass auch die Studenten nicht unter sich andere Sprachen sprechen, Englisch sprechen. Das wäre nicht so gut. Deshalb haben wir alle versucht, Deutsch zu lernen. Was den Vorteil hat, war, ich war in einem Studentenheim in Freiburg und da waren 14 Zimmer und 13 waren Deutsche und nur einer kam aus dem Ausland. Und das ist sehr gut so, weil da könnte ich mit niemandem eine andere Sprache sprechen. Dann musste ich Deutsch sprechen. Das war sehr günstig, weil die jeden Abend alle schön zusammenkamen in einem Raum und dann haben sie ein bisschen Wein getrunken, Musik gemacht. Für mich war alles angenehm, weil ich musste nicht groß jetzt Hausaufgaben machen. Meine Hausaufgabe war, dass ich mit denen rede. Und das war sehr, sehr optimal, gleich integriert zu werden, gleich mit den Studierenden da Deutsch zu sprechen. Und dann nach ein paar Wochen hat man gemerkt, man kann ein bisschen sprechen. Und am Anfang geht das natürlich sehr schnell. Man lernt schnell, aber irgendwann merkt man, das geht nicht viel schneller. Und da muss man viel üben. Und dann aber durch diese Praxis, durch Kontakte mit Menschen, kann man sehr, sehr gut die Sprache lernen. Und das waren sechs Monate in Freiburg. Und danach bin ich nach Göttingen gefahren und dann Göttingen zur Promotion. Dann habe ich am Institut für Mikrobiologie dann gestartet, mit meiner Promotion gestartet. Das war die Erdichterbildung, das heißt Sprachkurs sechs Monate plus drei Jahre Promotion. Und dadurch kann man, natürlich muss man hier einen Doktorvater finden, der das betreut. Und dann kriegt man ein Thema und da muss man natürlich am Institut dann arbeiten, bis man zur Promotion kommt, bis es abgeschlossen ist. Und das ist normalerweise der Weg Richtung Promotion. Und danach macht man eine Prüfung, wie üblich. Und dann ist man, wenn alles gut geht, promoviert. Und das war gut, weil in Göttingen das ist auch eine sehr gute Universität ist. Das Institut war sehr bekannt und hat man auch Kontakt zu anderen Instituten weltweit. Und das war sehr günstig, dass man ein bisschen auch was anderes sieht. Nicht nur an einem Institut Arbeit, sondern durch Kongresse, durch Kooperation hat man viel gelernt. Und dann kriegt man ein Gehalt, nicht viel, aber trotzdem, es reicht zum Leben. Und dann ist man fertig. Aber ich habe das alles zurückbezahlt, weil wenn man nicht mehr zurück nach Heimatland zurückfährt, dann sollte man das Geld zurückzahlen. Musste man nicht, aber ich habe das gemacht. Ich habe monatlich einen Rat, das habe ich bezahlt, weil man hier lebt. Und dann ist das in Ordnung so. Das finde ich deshalb gut, dass man auch, wenn man Stipendien bekommt, wenn man arbeitet, wäre gut, wenn man das zurückzahlt, dass die anderen auch davon profitieren, die kein Geld haben. Das wäre ja. Das immer hängt, ich glaube, man kann das nicht hundertprozentig sagen, aber es ist so, es hängt davon ab, was man als Kind macht. Und als Kind, wo ich gelebt habe, ich habe in Amman, das ist in Jordanien, da bin ich da geboren. Da bin ich zur Schule gegangen, in der englischen Schule. Und es ist so, es gab wenig Spielzeuge damals. Und natürlich, wenn man reich wäre, hatte man viele Spielzeuge, aber ich hatte keine Spielzeuge. Dann habe ich mich beschäftigt mit kleinen Tieren, mit Ameisen, Fliegen, habe ich versucht, die Fliegen zu binden, gucken, ob sie fliegen können, immer noch. Und dann wollte ich mit dem Flugzeug mitfliegen, das ging nicht. Dann habe ich geguckt, was die Ameisen machen und so. Das heißt, man entwickelt sich als Kind, habe ich mich Richtung Biologie entwickelt. Und ich denke, wenn ich jetzt damals iPhone gebe und so, vielleicht hatte ich nie Biologie studiert, weil man geht durch Digitalisierung, hat auch viele Vorteile. Aber es könnte sein, dass man durch Digitalisierung total was anderes lernt und studieren will, als wenn man jetzt normal mit Fliegen, mit Ameisen arbeitet. Deshalb, ich denke, das lag daran, dass man als Kind neugierig ist, guckt, was solche Tiere machen, wie sie sich bewegen, warum bewegen sie sich, warum tragen sie schwere Dinge, zu viert und dann bringen sie das nach Hause und so weiter. Das war sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dadurch habe ich jetzt gemerkt, Biologie ist sehr interessant, sehr komplex und sollte man natürlich das untersuchen und verstehen. In meinem Fall, ich habe generell mit Mikroorganismen gearbeitet. Da sind kleine Tiere oder keine Tiere, also Einzelzellen ganz, ganz klein. Sie sind unsichtbar. Und ich habe versucht, diese Mikroorganismen näher kennenzulernen. Was machen sie mit dem Zucker, wenn sie Zucker aufnehmen? Wie bewegen sich diese Mikroorganismen? Warum schwimmen sie in eine Richtung? Und dann, wie können sie, wenn sie merken, da ist ein Giftstoff, warum schwimmen sie weg? Und so weiter. Solche Dinge kann man als Mikroorganismen versuchen und feststellen, warum diese Mikroorganismen sich so verhalten. Obwohl sie ganz, ganz klein sind, Einzeller sind. Sie sind, wir Menschen sind so komplex, wir haben Milliarden von Zähnen haben wir. Das sind nur Einzelzeller. Und trotzdem können sie so komplexe Vorgänge beherrschen. Und das war das Biologiestudium im Prinzip. Wie laufen die Prozesse in den Bakterien? Wie vermehen sie sich? Wie kommen sie zusammen? Wie können sie komplexe Dinge abbauen? Wie können sie Giftstoffe? Wie können sie Holz abbauen? Wie können sie Fette abbauen? Und wie können sie diese Enzyme, das sind Katalysatoren, die produzieren, wie kann man solche Katalysatoren einsetzen, um unser Leben leichter zu machen? Denken Sie an Waschmittelenzyme. Das sind Enzyme, die aus Bakterien kommen und sie werden eingesetzt, um unsere Hemden sauber zu bekommen, Fette abzubauen, Blutflecken zu entfernen und so weiter. Als Professor natürlich macht man die Lehre, versuchen die Mikrobiologie zu lernen. Aber wir machen Forschung im Bereich Mikroorganismen, die unter extremen Bedingungen leben. Das heißt, in heißen Quellen, in der Tiefsee. Was machen sie denn? Warum können sie bei 110, 120 Grad leben? Was ist der Grund? Was steckt dahinter? Was ist die Strategie dieser Mikroorganismen? Und ich versuche das zu nutzen, um unsere Probleme zu lösen. Zum Beispiel im Bereich Energie, im Bereich Nutzung von Biomasse für die Herstellung von interessanten Produkten für Menschen. Zum Beispiel in der Vergangenheit war es so, oder bis jetzt. Ölbasiert kann man zum Beispiel Ölchemikalien herstellen. Das sind alles chemische Produkte, die man auch braucht für die Pharma und so weiter. Aber man kann auch durch natürliche Ressourcen wie Holz, wie Algen, kann man was herstellen. Aber dafür braucht man lebende Systeme, Mikroorganismen oder Enzyme, die diese Biomasse nutzen können, um Hochwertiges zu produzieren. Zum Beispiel neuartige Polymere, neue Kunststoffe, die abbaubar sind. Das heißt, Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Wie kann ich, wenn ich etwas produziere, muss ich nachdenken, was sind die Konsequenzen für die Gesellschaft, was sind die Konsequenzen für unsere Umwelt. Man kann nicht immer sagen, erst mal produzieren, dann sehen wir weiter. Das heißt, Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Und durch Biologisierung, man nennt das Biologisierung der Industrie, durch den Einsatz von biologischen Systemen, weniger Chemie kann ich jetzt umweltfreundliche Prozesse entwickeln. Und diese Prozesse sind natürlich vorteilhafter, umweltfreundlicher. Aber hier brauche ich dann viel Forschung. Und dafür brauche ich robuste Organismen, robuste Systeme. Das finde ich in heißen Fällen. Und der neue Trend nennt sich Bioökonomie. Wie kann ich die Biologie nutzen, um Geld zu verdienen? So eine Art Ökonomie durch Biologisierung der Industrie. Und das wäre ein großes Thema für Deutschland. Und da sind einige Hochschulen dabei. Und wir sind auch dabei. Ich versuche jetzt als Professor das Thema auch natürlich zu bearbeiten und versuchen wir in der Richtung viel zu bewegen. Vom Studium her ist es nicht viel anders. Natürlich, das Wissen ist ähnlich. Man kriegt alles Mögliche. Aber was anderes ist die Atmosphäre, wie man studiert. Und deshalb, als ich nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, es ist alles, dieses Wir-Gefühl an der Universität ist nicht da. Wenig da. Und wichtig ist, dass man miteinander redet. Dass man auf dem Campus zusammen ist. Dass man sagt, das ist meine Universität. Und ich war in einer amerikanischen Universität, habe ich da studiert. Und das war anders. Das war wie eine große Familie. Man war stolz, weil man an dieser Uni studiert. Und dann hat man zusammen Aktivität entwickelt. Sport war sehr wichtig. Kochen war sehr wichtig. Kunst war sehr wichtig. Und in Deutschland, als ich kam, habe ich gemerkt, an den Universitäten, dieses Campusleben ist nicht da, wie es sein sollte. Dass man versucht, erstmal Vorlesungen zu hören und gleich nach Hause und nicht zu kommunizieren und nicht zu sprechen. Und das ist schade, weil die Universitätszeit ist die schönste Zeit im Leben eines Menschen. Weil man kann zusammen viel erreichen. Man kann Netzwerke bilden. Und ich habe bis heute Netzwerke mit meinen Kommilitonen aus den amerikanischen Unis. Wir haben uns letzte Woche auch getroffen und so weiter. Und es ist so, lebenslang hat man diese Netzwerke. Und dann ist man stolz auf die Universität. Und das habe ich versucht, als Präsident der TU das zu verändern. Und ich denke, teilweise habe ich das geschafft, indem man auch Räume hatte, Lounges hatte. Und auch dieses Zentrum für Lehre und Lernen ist auch von meiner Initiative, dass man sagt, wir müssen diese Lehre an den Hochschulen ändern. Weil Wissen alleine hilft niemandem. Wissen gehört dazu, auch diese sozialen Kompetenzen. Und die Menschen oder Studierende, wenn sie fertig wären, sollen sie nicht nur Wissenschaftler sein, sondern auch Menschen sein, die auch führen können. Wir brauchen Ingenieure, die nicht nur Ingenieure sind, sondern gebildete Ingenieure. Und um gebildet zu sein, muss man mehr machen, als nur zur Uni kommen, Vorlesungen hören, Mathe hören und nach Hause gehen. Oh, der Präsident muss Kaffee trinken. Nein. Nein, der Präsident, natürlich, er kann nicht alles machen, aber er kann vieles initiieren. Zum Beispiel alle diese Aktivitäten, die Lehre zu verbessern und zu modernisieren, die Forschung zu fokussieren. Das kann ein Präsident veranlassen. Man kann das Campusleben verändern. Das heißt, sogenannte Lounges zu haben, Räume zu haben, wo die Studierenden zusammenkommen. In diesem Hauptgebäude sind so viele kleine Räume, wo die Studierenden zusammenkommen können, auch besprechen können, eine Art projektbasiertes Lernen machen. Das kann ein Präsident veranlassen und dann natürlich, man muss die Menschen mitnehmen. Und wie gesagt, das Campusleben müssen verändern. Kunst spielt jetzt eine wichtige Rolle als früher, weil man kann auch sagen, lass uns neue, zum Beispiel eine Aufstellung organisieren, diese Universität und so weiter. Das heißt, direkt oder indirekt kann ein Präsident viel beeinflussen und dieses Klima an der Universität kann er verändern, aber auch konzeptionell. Man kann Forschungsschwerpunkte initiieren und so weiter. Und viele Kontakte zur Politik, zu den Wissenschaftlern, zu den Menschen auf dem Campus auch. Natürlich, da sind so viele, da kann man nicht mit jedem sprechen, aber da habe ich immer versucht, mit den Verwaltungsleuten zu sprechen und sie zu besuchen. Aber auch mit den Hausmeistern und so. Es sind alle Menschen, die mit der TU viel tun, aber die Frage ist, wie kann ich mit denen kommunizieren? Ich kann nicht mit jedem. Aber ich denke, das war sehr gut so, dass als Präsident, dass man nicht hier im Büro sitzt und dann versucht, Pläne zu basteln, sondern man geht hin und versucht, mit den Leuten zu sprechen und etwas zu verändern. Und ich hoffe, dass ich das in den letzten sieben Jahren etwas verändert habe. Und ich sehe auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Und ich glaube, wenn die anderen das gemerkt haben, ist das auch schön. Leidenschaft, meine ich. Geduld. Wenn man eine Sache nicht liebt, kann man es vergessen. Schafft man gar nichts. Wenn man etwas liebt und Leidenschaft macht, mit Begeisterung, dann klappt es immer. Man muss wirklich machen, was man wirklich liebt und nicht jetzt irgendwas machen, um Geld zu verdienen oder zu sagen, vielleicht die Jobsituation ist besser. Weil zur Zeit ist es so, man weiß nicht, was in acht Jahren passiert. Kann sein, in acht Jahren hat man total neue Sachen. Deshalb, man muss erst mal machen, was man wirklich will und dann findet man was. Und nicht jetzt gezielt alles planen und so. Das wird nichts. Forschung in Deutschland ist sehr, sehr, die Qualität ist sehr gut. Für mich ist es besser als die USA. Und das heißt, wenn man sich jetzt in China zur Promotion hat, dann soll er wirklich in eine Hochschule kommen, wo geforscht wird. Und in Deutschland, alle Hochschulen, sie haben ähnliche Standards. Es ist nicht wie in den USA. Eine ist extrem gut, eine ist extrem schlecht. Und deshalb, er macht nie Fehler, wenn man hier studiert, promoviert. Und wenn man promoviert, nachher kann man vieles erreichen. Es ist nicht so problematisch, wenn man seine Promotion auch richtig macht und nicht nur nebenbei das machen. Das geht nicht. Also hundertprozentig kämpfen, hundertprozentig macht die Promotion und dann ist er erfolgreich. Zum Glück.